Durch die gestiegenen Immobilienpreise wird bei der Finanzierung einer Immobilie ein Faktor immer wichtiger. Ich bin Collier Saß, ich bin Geschäftsführer der Bestens beraten GmbH. Wir sind spezialisiert auf Immobilienfinanzierung. Wir haben analysiert auf Basis unserer über 5000 Darlehensnehmerinnen und Darlehensnehmer, wie viel länger würden sie brauchen, wenn sie zu aktuellen Konditionen ihre Immobiliendarlehen abschließen würden oder jetzt halt eine Immobilie erwerben würden, ob als Kapitalanlage oder Eigenheim. Und wir haben festgestellt, dass wir den aktuellen Konditionen sie im Schnitt zwischen drei und fünf Jahren länger brauchen würden, ihre Immobilie abzubezahlen, wenn die Rahmenbedingungen gleich bleiben. Das heißt, der Faktor Zinssicherheit wird immer wichtiger. Ich komme also nicht mehr mit dem klassischen 10-jährigen Darlehen aus. Bei uns in der Beratung gibt es natürlich auch immer Angebote für 20 Jahre oder auch noch längere Zinssicherheit, zum Beispiel für die gesamte Laufzeit des Darlehens, sodass hier in dem Bereich kein Risiko entstehen kann.